Diese ganz, ganz große Liebe lasse ich niemals wieder los. Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßende Sowjetverbände in einem rücksichtsloser, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Mit welchen Kräften, mein Führer? Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Wenk soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee im Kehrt machen. Dann entlösen wir die Westfront. Ach, mein Sinner. Zwei Fälle, nein, im Befehl, ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Die wussten mich. Ich muss hier weg. Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Nimm es zur Not aus den abgestellten Fahrzeugen. Die braucht eh keiner mehr. Das ist ein schrecklicher Befehl, aber ich will ihn ausführen. Ich brauche 200 Liter Benzin. Das kann ich dir am Telefon nicht sagen. Nirgendwo finden. Nirgendwo finden. Nirgendwo finden. Gunther, ich nehme Ihnen das Versprechen ab, alle erforderlichen Vorkehrungen für die Beseitigung meiner sterblichen Überreste zu treffen. Mein Führer, das ist ein schrecklicher Befehl, aber ich will ihn ausführen. Wir haben nichts Unrechtes getan. Das ist ein schrecklicher Befehl,